Das Kombinat Fortschritt Landmaschinen bietet Ihnen eine breite Palette von Einzelmaschinen, Maschinenfamilien und Systemen sowie Anlagen und Agrokomplexen für alle klimatischen und agrobiologischen Einsatzbedingungen. Fortschritt, ein Begriff für die Land- und Nahrungsgüterwirtschaft. Wollten wir Ihnen alles zeigen, was Fortschritt produziert, so würde dieser Film einen Tag lang laufen. Doch wir wissen, Zeit ist Geld und so möchten wir Ihnen nur einen kurzen Einblick in unser Erzeugnisprogramm geben. Wir werden Sie auch nicht mit langen Erklärungen und vielen Zahlen ermüden. Sie sind Fachmann genug, um zu sehen und sich hier Urteil zu bilden. Und haben Sie Fragen? Unsere Mitarbeiter sind immer für Sie da. Fortschritt-Lieferprogramm, Traktoren, landwirtschaftliche Transport- und Umschlagtechnik. Mit neu entwickelten Typen wird unsere bewährte Traktorenreihe fortgesetzt. Zusatzbaugruppen garantieren universelle Verwendung. Fortschritt-Traktoren in verschiedenen Ausführungen für den Einsatz in der Landwirtschaft und in anderen Wirtschaftszweigen. Fortschritt Spezialanhänger in vielen Varianten zum Transport von flüssigem Mineraldünger und anderen Medien. Für die mobile Wasserversorgung, speziell in den Tropen, sowie zum Verteilen von Gülle, Fäkalien und anderen Flüssigkeiten. Wir bieten Ihnen eine Reihe sattellastiger Traktorenanhänger für die Lösung unterschiedlichster Transportaufgaben. Fortschritt. Das sind Erfolge im Werkzeug-, Maschinen- und Fahrzeugbau, eben alles, was zum Landmaschinenbau dazugehört. Rohstoffe, Brennstoffe, Energie effektiv gewinnen, veredeln, anwenden. Fortschritt bietet Fortschritt in der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft. Auch für Sie. Fortschritt in der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft. Auch für Sie.